Guten Morgen! So, bin fertig. Wir fahren jetzt zur Arbeit. Wir haben ungefähr Viertel nach sieben jetzt. Das heißt, ich bin um ein Viertel vor acht auf der Arbeit. So, jetzt muss ich eben noch fix tanken gehen. So teuer. So teuer. So, ich habe jetzt Feierabend. 30 Grad. Pool wartet. So, aber Tatsache, gehen wir jetzt erstmal auf Toilette. Dann ziehen wir uns um. Und dann geht's raus in den Pool. Und dann werden wir ein bisschen relaxen. Dusch das. Ich fühle mich blühend schön. Mit dem Duft der Magnolia. So, jetzt sehr gerade bei uns. Unsere Johannisbeeren, die sind ja schon fertig. Die probieren wir direkt mal. Sehr lecker. Und unsere Kirchen. An unserem neuen Kirchenbaum. Die scheinen auch langsam fertig zu werden. Ich weiß nicht, ob man die schon essen kann. Ob die schon rot genug sind. Ich nehme jetzt einfach... Ne, die ist ja noch gar nicht rot. Ich nehme die jetzt einfach. Und dann werde ich die probieren. Lecker. So Leute, ich entspann jetzt hier. Schön im Pool. Und werde gleich bestimmt auch nochmal ganz ins Wasser gehen. Aber es reicht ja schon, wenn man so ein bisschen im Wasser liegt. Das ist extra so eine Hängematte, wo unten so ein Netz drin ist. Das heißt, nur hier. Das hält dann über Wasser und da drunter das Netz. Das heißt, man liegt eigentlich komplett drin. Ich war jetzt gerade noch fix duschen. So, wir gehen jetzt schnell runter essen. Und meine Mutter hat eigentlich gekocht. Mal gucken, was es leckeres gibt. Oh, es gibt nur Nudeln. Ich hätte schwören können. Ich habe gestern gehört, heute gibt es Reibekuchen. Ketchup drauf geballert und dann schmeckt das auch gut. Wir haben jetzt ungefähr kurz vor 10 Uhr abends. Ich bin total K.O. vom heutigen Tage. Ich habe gar nicht so viel gemacht, bis auf die Action im Pool. Irgendwie, ich bin total schlapp. Mir geht es irgendwie absolut, I don't know, was mit mir los ist. Deswegen lege ich mich jetzt ins Bett und verabschiede mich heute ein bisschen früher von euch. Ich meine, draußen ist auch noch hell, aber ich lege mich jetzt in der Hoffnung, dass es morgen besser ist. Irgendwie geradezu und so ganz komisch. Deswegen danke fürs Zuschauen. Morgen 20 Uhr und dann wieder topfit versprochen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.